Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit Deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. Lichtwelt Verlag, 1. Juli 2023 Implantate werden jetzt entfernt Botschaft von Meister Saint-Germain Empfangen durch Jan Johannes Kassel Existenzängste, die Angst vor dem Tod oder diffuse Ängste vor einer ungewissen Zukunft nehmen in dem Maße ab, wie Du von den Implantaten befreit wurdest. Aktionismus, Widerstand oder Kampf sind manchmal unausweichlich, Jedoch sind das nicht die Werkzeuge, die die große Veränderung bewirken. Erst der Umbruch in Dir bringt den Umbruch in der Welt. Entscheidend ist Grundschwingung eines Menschen, ist seine durchschnittliche Gemütsverfassung im Alltag. Bei allen Anstrengungen, am Ende kommt es auf das Tagesbewusstsein an und nicht auf die spirituellen Höhenflüge in einer Meditation. Implantate werden jetzt entfernt. Aus der 127. Lichtlesung Implantate und unbewusst laufende, in Eurem Wesen installierte Programme der alten Zeit werden jetzt deaktiviert, neutralisiert und entfernt. Das Ereignis geschieht mitten in Eurem Leben, sodass Ihr zunächst nichts davon bemerkt. Unmerklich greift Gott in das Leben der Menschen, die auf Seelenebene Ihr Einverständnis dafür erteilt haben, ein. Die Zeit für diese Heilung, für diesen Segen und für diese Gnade ist wahrlich angebrochen. Noch wirken sich althergebrachte Implantate auf das Denken und Fühlen vom Menschen aus. Implantate sind unsichtbare, feinstoffliche Gitter, die bestimmte Schwingungsmuster erzeugen und den Menschen von der lichtvollen kosmischen Schwingung abtrennen. Diese wurden in menschlichen Wesen vor Ionen installiert, um inkarnierten Engeln auf Erden diese Art von Erfahrung zu ermöglichen. Erlaubter Eingriff, unerlaubter Übergriff Dieser Eingriff in Eure DNA ist auf außerirdische Mächte und deren Technologie zurückzuführen. Auf diese Weise hattet Ihr keinen Zugriff auf das immanente göttliche Selbstbewusstsein. Für Jahrtausende wart Ihr kaum mehr als ein Spielball jener, die ihre Macht anzuwenden wussten. Dieser Eingriff war ursprünglich genau so vorhergesehen und auch erlaubt. Zum Übergriff wurde dieser Eingriff erst, als die dunklen Entitäten entschieden, diese Manipulation weit über den erlaubten Zeitpunkt hinaus fortzuführen und dieser Zustand wird jetzt bereinigt, aufgehoben und beendet. Ist es möglich, aus einer zutiefst manipulativen Welt den Weg in die Freiheit zu finden? Dies war die Herausforderung, der Ihr Euch gestellt habt. So wurden diese Implantate als zellulares Erbe von Leben zu Leben mitgenommen und beim jeweiligen Eintritt in ein neues Leben aktiviert. Auf diese Weise belastet, war es zeitlebens nur schwer möglich, die Dinge zu durchschauen oder der Matrix zu entschlüpfen. Über die Jahrtausende war dies nur wenigen Eingeweihten, Meistern und Adepten vorbehalten. Das Dickicht von Täuschungen zu durchdringen und in dieser umfassenden Illusion das wahre Selbst wiederzufinden, bedarf der Natur eines Christus, Krishnas oder Buddhas. Heute hat sich diese Situation grundlegend verändert. Heute ist die Zeit, in der dieses kosmische Spiel auf Erden endet, unwiderruflich gekommen. Heute kann sich ein jeder Mensch aufschwingen und alle Begrenzungen des Bewusstseins sprengen. Das meinte unser Bruder Jesus, als er sagte, was ich tue, werdet auch Ihr tun und viel mehr noch. Auch wenn diese Wegmarkierung der Menschheit von den Mächten, die das alte Spiel unter allen Umständen fortsetzen wollen, ignoriert wird, so ist unabänderlich, Eure Implantate werden jetzt entfernt. Das erzeugt ein völlig neues Sichtfeld auf die Dinge und das führt zur Orientierung in Euch selbst. Drei Anzeichen der Implantatentfernung Erstens, die ersten Anzeichen dieser Freiheit sind, dass Ihr den Lügengeschichten der Geschichtenerzähler dieser Matrix nicht mehr glaubt. Immer mehr Menschen wenden sich von Politik, Wissenschaft und Medien ab und beginnen an anderen Stellen nach Wahrheit und Klarheit zu suchen. Zweitens, das zweite Anzeichen, dass der Mensch zur Besinnung kommt, ist, dass eigene Lebenslügen immer unerträglicher werden, bis zu dem Punkt, an dem Korrekturen unumgänglich sind. Das heißt, das innere Bedürfnis nach Klarheit und nach einem wahrhaftigen Leben nimmt zu. Kompromisse werden nicht mehr akzeptiert. Immer mehr Menschen sind bereit, ihr falsches Leben abzustreifen und ihre alten Konzepte über Bord zu werfen. Drittens, das dritte und maßgebende Anzeichen dafür, dass Ihr von Euren Implantaten und Programmen jetzt befreit werdet, liegt jedoch in der Tatsache, dass Ihr beginnt, Eure Ängste zu verlieren. Auf allen Ebenen nehmen Eure Ängste ab und dies, obwohl in diesen Tagen so viele Ängste wie noch nie zuvor geschürt werden. Existenzängste, die Angst vor dem Tod oder diffuse Ängste vor einer ungewissen Zukunft nehmen in dem Maße ab, wie Du von den Implantaten befreit wurdest. Aktionismus, Widerstand oder Kampf sind manchmal unausweichlich, jedoch sind das nicht die Werkzeuge, die die große Veränderung bewirken. Erst der Umbruch in Dir bringt den Umbruch in der Welt. Entscheidend ist Grundschwingung eines Menschen, ist seine durchschnittliche Gemütsverfassung im Alltag. Bei allen Anstrengungen, am Ende kommt es auf das Tagesbewusstsein an und nicht auf die spirituellen Höhenflüge in einer Meditation. Genau dahingehend wirkt sich das Entfernen von Implantaten aus. Träge Grundenergie verwandelt sich in lichtvolle Eigenschwingung. Das ist es, was jetzt mit Dir geschieht, die Restrukturierung an allen Gliedern und auf allen Ebenen. Dabei ist es unerheblich, ob Dir das bewusst ist. Es geschieht, da Deine Seele die göttlichen Mächte des Lichts damit beauftragt hat. Es geschieht von selbst. Aus diesem Grund können Krankheiten, die bisher wenig Aussicht auf Heilung hatten, heilen. Wahre Wunder werden jetzt möglich, denn Dein Denken und Fühlen beginnen sich grundlegend zu verändern. Diese innere Reinigung der Gedanken und Gefühle ist der Schlüssel zur Freiheit und das größte Geschenk, es geschieht von selbst. Einem Naturgesetz gleich werden bei den Menschen jetzt die Blockaden entfernt. Dem göttlichen Willen folgend werden bei den Menschen jetzt die falschen und einschränkenden Programmierungen umgeschrieben, deinstalliert oder neutralisiert. Dies hat zur Folge, dass sich immer weniger Menschen von den Angstszenarien beeindrucken lassen, da sie von dieser Propaganda im Herzen nicht mehr berührt werden können. Du befindest Dich auf einer anderen Ebene der Wahrnehmung und bist unerreichbar für Schwingungsfelder, die sich zu immer größer werdenden Teilen gravierend von Deiner Eigenschwingung unterscheiden. Phänomene Phänomene wie das Unsichtbarwerden, der Verlust des Zeitgefühls oder eine neue Wahrnehmung von Raum machen sich jetzt immer deutlicher bemerkbar. Oft fühlst Du Dich aus der Zeit gehoben und Du kannst mit dem Treiben rund um Dich weniger anfangen. Dieser Eindruck entsteht, da Du kein elektrisches Resonanzfeld zu dieser Ebene aufweist. Die Verbindung ist gekappt und so bewegst Du Dich in einer, in Deiner neuen Wirklichkeit und auf einer, auf Deiner, völlig anderen Schwingungsebene. Mit jedem neuen Tag löst Du Dich ein Stück mehr aus dieser alten, für Dich zunehmend fremder werdenden Matrix heraus und allmählich gewinnst Du neue Perspektiven und eine völlig andere Wahrnehmung des Deines Lebens. Ein fließender Prozess. Dies kann in der Phase der Anpassung zu Irritation führen und gewisse Unsicherheiten hervorrufen. Während dieser Umstellung eines Menschen vom Unbewussten funktionieren zum vollbewussten Agieren sind Unsicherheiten ganz natürlich. Sobald Du festen, spirituellen Boden unter den Füßen spürst, was bedeutet, dass Du Dir Deiner Gedanken und Gefühle sicher bist, da die Implantate nicht mehr wirken, endet auch dieser Zweifel. Es ist ein fließender Prozess, bei dem das Göttliche in Dir hervortritt und es geschieht in Deinem Tempo auf die Dir dienende und Dich fördernde Weise. Wichtig allein ist, den Prozess der Umstellung geschehen zu lassen. Deine unsterbliche Seele hat es angeordnet und Dein allgegenwärtiges Bewusstsein hat es verfügt. Deshalb steht der Sieg des Lichts auf dieser Erde fest und deshalb haben dunkle Entitäten immer weniger Macht über die Menschen. Was heute unsichtbar mit immer mehr Menschen geschieht, wird morgen sichtbare Auswirkungen auf die Entwicklung der Menschheit haben. Die einzige Wirklichkeit, der Quantensprung des menschlichen Bewusstseins und das Einzige, was zählt, die in Anspruchnahme Deiner Göttlichkeit. Und dies ist in dieser Botschaft lichtvoll abgebildet. So schreite selbstbewusst und voller Gottvertrauen der Unendlichkeit entgegen, damit Dich der Unendliche wie einen König, der sein Königreich zurückgewonnen hat, empfangen kann. Meister Saint-Germain Vielen lieben Dank für Eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für Deinen Energieausgleich. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank für's Zuschauen.